Alter, was ist das? Ich weiß gar nicht, was er machen will. Wie will er das denn aufhalten? Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich für einen weiteren Part. Hier auf meinem wunderbaren Kanal für mehr Facecam-Part. Lasst ein Like da, dann weiß ich bestehend. Ab so 250 dann, ne? Sehe ich, ihr habt Interesse daran. So, wieder drückt mal hier auf die. Und ja, Gratis-Kiste. Uns fehlt ja immer noch die letzte Karte, die zur Verfügung ist. Ich habe ja beide Angebote mir nicht geholt, weil ich einfach nur scheiße bin. Ihr kennt das Spielchen ja. Und viele meinen Lars. Oh, ja, was episches könnte das vielleicht der Kollege sein. Ich bin doch mal gespannt. Drückt ihr mir die Däumchen in euer Henker? Was haben wir hier? Ah, die Erscheinung. Ups, jetzt gegen hier, gegen Dose schon gehauen. Übrigens, Monster Energy Ultra Zero Zucker. Kann man wohl trinken, ne? Kann man wohl trinken hier. Guck mal hier. Zeige ich euch mal kurz, ne? Schmeckt jetzt hier. Placement. Ich werde übrigens nicht bezahlt von Monster. Tut mir leid. Ich habe sonst immer eine Rappur getrunken. Monster ist auch ganz cool. Könnt ihr mal die Meinung reinschreiben, wie ihr das findet. Übrigens, ich will euch noch kurz was zeigen. Und zwar Eigenwerbung in eigener Sache. Kennt das ja. Und zwar, und zwar dieses hier. Oh, was ist das denn hier? Instagram. Ich kann euch am besten nur empfehlen. Oder wenn ihr Bock habt, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Da ist ich LarsZLP. Unten in der Videobeschreibung soll auch der Link sein. Oder ihr klickt halt, ne? Sucht halt Instagram LarsZLP. Da findet ihr mich. Oder ich glaube bei ZuschauerLP sogar auch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall LarsZLP, das bin ich. 836 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir irgendwann die 1000 packen. Dann werde ich vielleicht sogar ein kleines Gewinnspiel hier auf Instagram machen. Das ist der Plan. Mal gucken. Vielleicht verlose ich irgendwie eine iTunes oder ne? Irgendeine andere Karte. Vielleicht so ein Zehner. Irgendwas rausgedrückt. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Hier habe ich ein paar Bilder. Hier geil. Das sind Galaxy letzten geguckt. Geiler Film. Hier ein bisschen Kuchen. Essens allgemein auch immer gerne gesehen. Nachos. Da sieht man mich so ein bisschen. Da sind FSK. Und das hier. Das bin ich als Frau. Habt ihr mich schon mal als Frau gesehen? Ich bin schon ganz geil als Frau. Ich will nicht so lange jetzt darauf eingehen. Aber wenn ihr Bock habt, folgt mir gerne auf Instagram. Da ist ich LarsZLP. Und ja. Würde mich freuen. So. Weiter geht's. Kessel Crush. Und wir schauen mal kurz hier hinein. Und ich würde mal sagen. Wir schenken Lars. Es kommen wieder regelmäßig Videos. Das habe ich noch gar nicht geantwortet. Habe ich nur ge... Moment. Ja. Ich komme jetzt wieder tägliche Videos. Sehr gut. Das Spiel will ich nicht starten. Ich will nochmal Karten anfordern. Und zwar fordere ich zur Zeit gerne den Bogenschutzstamm an. Warum? Weil ich es kann. Sehr geil. Dann schauen wir kurz in den Shop. Da haben wir auch nur Scheiße. Obwohl ein Sturm Elementar kann man sich kaufen. Legendary Card. Aber irgendwas anderes. Und ich würde mal sagen. Wir hauen mal eine... Hauen wir eine mythische raus? Eine mythische? Man muss nicht eine mythische... Eine... Eine... Eine kann machen, oder? Oder wir sparen die Gems für ein großes Opening. Das weiß ich auch nicht. Ich werde... Ich werde eine... Ich werde eine magische... Oder... Ich bin... Ich bin zwiegespalten. Ich bin echt zwiegespalten. Ich warte lieber auf Angebote. Ich glaube, die sind meistens besser, die Angebote. Die sind meistens besser. Wir können... Äh... Better. Wir schauen mal kurz hinein. Also die Bogenschützendame hier. Die junge Dame mit der... Mit... Die leicht... Mit den leicht bekleideten Sachen. Brauchen wir nur noch einen Legendary. Den können wir sie upgraden. Der Drache braucht noch ein bisschen mehr. Den Kollegen haben wir immer noch nicht. Ich will den ja auch gerne spielen. Vielleicht beim nächsten Mal gibt es ein größeres Opening. Ich warte noch ein bisschen mit den Gems. Ich will was rausklatsche. Und deswegen... Vielleicht... Erstmal... Erstmal weiterspielen. Erstmal hier kurz die ganzen kostenlosen Sachen aufgemacht. Oh! Ist er da drin? Ist er da drin? Immer noch nicht. Immer noch nicht am Start. Das gibt es doch gar nicht. Wo bleibt ihr denn? Der Affenpirate ist immer da. 18 Gems. Scheißegal. Los geht's, Leute. Lasst uns kämpfen. Das gleiche Decke noch am Start. Habt ihr gerade gesehen mit dem Drachen. Mit der jungen Dame. Weil ich ja sehr hohe Legendaries habe. Kann ich damit gut interagieren. Und bitte schon mal nicht vorhandenen Skill wegmachen. Oh! Burgenschützen! Eieiei, die sind böse. Nur einzelne Burgenschützen. Die werden mich bestimmt kaputt machen. Oh, das ist noch... Das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Ja, wie ist denn eine Bombe? Was ist das denn für einer? Warum wie ist denn eine Bombe? Was ist denn los mit dir? Reichen eigentlich die Pfeile, um alles zu killen? Mal kurz gleich abchecken. Okay, wir warten noch. Wir kriegen ein bisschen Damage. Das ist in Ordnung. Pfeile kommen. Oh ja. Pfeile auf Doom. So. Ja, ist in Ordnung. Spiel den Genie, wenn du Bock hast. Ist ein Rush Deck. Ist auf jeden Fall ein Rush Deck. Aber sowas von Rush Deck. Da ist der Golem hier. Golem gegen Golem. Das ist in Ordnung. Wie viel Meteor? Was ist denn los mit dir? Setzen wir noch die Heildame da rein. Ich hoffe, die wird nicht von den Skeletten getroffen. Sehr schön. Das sollte soweit passen. Da kommt der nächste Genie. In der Flasche. Wir spielen hier die junge Dame hinter. Der Genie darf ein bisschen Damage machen, wenn er Bock hat. Er hat Bock. Da oben können wir blitzen. Das sollte soweit reichen. Sehr schön. Entfernen in der Mitte lohnt sich jetzt nicht. Wir spielen den extra Mana Crystal hinein. Da wurde gehalten. Habe ich gerade gesehen, dass der zurückgekickt wurde. Also der, der, ähm, der Nah hat meine Truppen zurückgekickt. So sehr, da kommt der Meteor, dass die Bombe nicht getroffen hat. Quasi sich selber outgeplayt. So läuft das. So gefällt mir das. Können Drachen spielen. Ich spiele einen Drachen. Doch, er kommt. YOLO mäßig. Action. Damage in your Gesicht. In your face. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör bitte auf mit dem Scheiß. Junge Dame hier. Reingespielt. Dann läuft das. So gefällt mir das. Kurz in den Fählen drauf gelümmelt. Und gib ihm Damage in dein Gesicht. Mit dem Rush Deck verkackt. Ich habe so viele Sachen, die ich noch spielen kann. Trotzdem. Eiskalt hier. Vernascht den Kollegen. Da gibt es den hier. Ja. Rush Deck. Habe ich ihn vernichtet. Sehr, sehr geile Schlagsahme. Schlagsahne auf jeden Fall. Gut. Ich verspreche mich gerade bei jedem zweiten Wort. Läuft auf jeden Fall bei mir. Gute Aufnahme. Das sind die professionellen YouTuber, die es schon seit über fünf Jahren machen. Sich bei jedem zweiten Wort versprechen. Ja. Tut mir leid. Jo. Was haben wir denn hier? Junge Dame. Wir haben zwei junge Damen. Leicht bekleidet. Allgemein. Kennen wir das? Spüchen hier schon. Ich werde den Blitz jetzt. Ich werde die junge Dame entfernen. Blitz will ich behalten. Was mega krasses kommt. Ich habe zwei Golems. Okay. Golem. Golem ist okay. Golem gegen Nah. Das ist in Ordnung. Dahinter könnten wir was Heal-Technisches spielen. Machen wir nicht. Lass lieber so spielen. Und da den Heal hin. Schafft ihr das zu heilen? Oh Gott, Alter. Wie viel denn noch? Ich bin los mit euch. Wie schafft ihr das zu heilen? Da oben blitzen wir. Das ultimative... Ich gehe voll DPS-Scheiß-Deck. Jetzt noch den Phoenix-Deck. Aber das schafft er sonst nicht. Okay. Das ist sehr gut. Das ist raus. Das gefällt mir. Der Nah macht ein bisschen Damage. Aber ist so gut wie down. Wir werden mal kurz die Verbrennung hier drauf klatschen. Jetzt reichen sogar Pfeile, um die kaputt zu machen. Da freeze ich. Da setze ich Pfeile. Phoenix, komm raus! Naja. Naja. Ist okay. Geht besser für Phoenix, so die junge Dame hier. Weil sie ein bisschen Range hat. Jetzt setzen wir den rein. Halt, stopp. Alles zurückwirbeln. Ich brauche Range für die Dame. Dankeschön. Halt, stopp. Ich brauche wieder Range. Oh yeah. Das ist im Ferner auf Doom. Dieser Inferno hat es komplett gerissen. Alter, was ist das? Ein Doppeldrache. Das ist ein Only. Das sind vier. Vier Legendaries. Vier Legendaries auf einer Lane. Ich weiß gar nicht, was er machen will. Ich weiß gar nicht, was er machen will. Wie will er das denn aufhalten? Kurz noch ein bisschen Heal rein. Jetzt wird ich nur meinen Heal entfernen. Duft. Wie will er das aufhalten? Ich weiß es nicht. Das ist der ultimative Drachenbums. Da kannst du Pfeile raushauen, wie du willst. Schüss. Da muss gelacht werden. Da muss gelacht werden. Es geht nicht anders. Und eine große Kiste gibt es auch noch oben drauf. So gefällt mir das. Richtig geile Schlagsahne. Plus eins. Siegeskiste wird sich auch noch gegönnt. Haben wir jetzt hier den Kollegen drin. Wieder was Episches. Das muss er doch jetzt sein. Das muss er doch sein. Immer noch nicht. Der Scheiß nahe, den kein Mensch braucht. Geil. Schön. Nester Win. Kurz eiskalt vernaschen den Kollegen. Und weiter geht es. Oh, das Deck ist schon mächtig. Das Deck ist schon sehr, sehr mächtig. Oh yeah. Da sind wir auf 3-2. 3-2. 3.267. Wir nähern uns so langsam wieder auf einen akzeptablen Pokalbereich. Natürlich ist es klar, umso länger man spielt. Drachen entfernen. Um so einfach es ist höher zu kommen. Normalerweise. Meinerkristall reingeballert. Extra hier. Spiel ich einen Gole? Ich spiele einen Golem. Ich kann gerade sonst nichts spielen. Golem gegen Golem gewinnt meistens Golem. Er spielt... Oh Gott, was kommt jetzt rein? Was kommt jetzt hier? Oh Gott, ein Schleimi. Nichts der Schleim. Ich spiele einen Phönix rein. Ich habe Angst jetzt vor Inferno. Mal kurz abchecken. Okay. Wir spielen jetzt. Heal rein. Plus Freeze. Damit mein Golem überlebt. Sehr gut. Er freest auch. Meine Fresse. Warum fließt der auch? Nutze ich hier einen Blitz? Er heilt alles. Bitte was? Er heilt alles. Oh shit, Leute. Ich glaube, wir haben verloren. Sehr gut. Das gefällt mir sogar. Das ist sogar gut für uns. Was war jetzt ein Fehler von ihm, das so zu machen? Schafft der Golem das? Okay, Puse, alles zurück. Okay, okay. Er bufft alles. Er bekommt noch einen Drachen da unten. What the fuck? So viel lang kann man doch gar nicht haben, oder? Dass er noch einen Drachen da bekommt. Trotzdem, die junge Dame will es packen. Doch nicht. Die schafft es nicht. Oh shit, ich habe verloren. Er bekommt... Er kommt ja richtig krass jetzt rein. Mit allen möglichen Scheiß. Da komme ich nicht gegen einen... Holy moly. Noch ein Drachen. Oh Gott. Und er bekommt meine junge Dame auch noch. Was ist denn los hier? Er bekommt noch die Bogenschützendame. Es sind 5 Milliarden Drachen auf dem Feld. 12 Milliarden Phönix. Andere Legendaries. Und trotzdem bekommt er aus dem Metamorph natürlich noch die beste Karte, die er gerade braucht. Aber auch wenn der Metamorph nicht so geworden wäre, hätten wir trotzdem verloren. Er hat halt so... Er hat das echt gut getimt. Also muss man ihn lassen. Hat er den Sieger auf jeden Fall verdient. Da habe ich richtig reingekackt. Da hatte ich richtig scheiße in meinem Mulluck. Also kacke. So, Black Scotty. Game of Thrones. Richtig geile Serie. Beste Serie ever. Meine Lieblingsserie. Absolut. Das ist auch bloß Jahrzehnte, bis mal wieder das Neues kommt, was ein bisschen scheiße ist. Aber trotzdem beste Serie. Game of Thrones. Manchmal Phönix. Inferno weg, ne? War das jetzt ein Fehler? Ich... Vielleicht. Ich hätte gerne ein Golem oder so. Um hier ein bisschen mal zu starten. Wieder auch ein starkes Legendary Deck mit starken, krassen Truppen. Hohen Truppen, wie zum Beispiel Drache und so weiter. Anders kann ich mir nicht vorstellen, sonst hätte ich schon lange weiter gespielt. Oder ein Disconnect. Eins von beiden. Wir müssen jetzt hier was machen, ne? Wie starten wir die jungen Dame? Die ist am Start. Das können wir jetzt nie mehr in den Müll einmal werfen. Incent verbrannt. Interessant. Ja, okay. Okay. Wenn du das möchtest, dann mach das doch. Ich warte noch. Ich warte noch. Ich habe keine guten Karten. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Vorteil, wenn ich warte. Du nicht. Ich will kurz einmal den entfernen. Was spielt er jetzt rein? Ein Henker. Mr. Henker. Ich bin eine junge Dame. Blitzt er die? Er blitzt sie. Okay. Das war irgendwie klar. Das ist er blitzt. Nur, dass wir jetzt einen Drachen spielen können. Ob er noch einen Blitz hat? Ich bin gespannt. Ich habe keinen Blitz. Ich habe keinen Blitz. Sache verliert dagegen. Wow. Okay, wir haben verloren. Jetzt kommen die ganzen Schwatten hier. Der Schwatte-Spam. Wow. Er hat einfach 12 Milliarden Schwatte am Stab. Was ist denn hier gespielt? Wo hat er die denn jetzt alle her? Alter. Okay. Ich hätte doch lieber nicht warten sollen. Ich glaube, das war wirklich ein Deck, wo er warten musste, um wirklich ganz viele Schwatten zu bekommen. Und dann spammt er die einfach durch. Oh. Und mein Drache verliert dagegen. Was ist denn los? Hat er gebufft, der Schwarze? Und ich meine halt auch nur... Hat er nicht immer nur 8 Maler gekostet? Da bin ich total behindert geworden. Aber wow. 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 Sagen wir es mal so. Drache entfernen. Tschüss. Wieder nichts gespielt. Was ist denn hier los, Leute? Ist das noch Castle Crush oder ist das irgendwas anderes hier? Das Spiel hat sich total verändert. In drei Wochen oder zwei Wochen alles anders? Das gibt es doch gar nicht. Men, men, men. Ich kriege auch keinen Golem, ne? Mein Deck basiert darauf, dass ich mit einem Golem vorweg laufe. Ich kriege einfach keinen Golem. Blitz. Blitz. Oh, freeze. Hör doch auf. Was soll das denn? Warum machst du sowas? Wie viel Freeze hat denn der? Willst du mich verarschen? So, jetzt sind wir hier am Start. Jetzt habe ich einen Golem hier... Doppel entfernen. Was soll ich dazu sagen, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles komisch. Es ist alles sehr, sehr komisch. Drache ist schon am Start von ihm. Und wieder ein Freeze. Ich weiß nicht, was ist denn hier los. Das gibt es doch gar nicht, oder? Das gibt es doch gar nicht. Das Pfeile brauche ich eigentlich gar nicht. Wenn du freezen möchtest. Ich kann auch freezen. So ist es nicht. Sehr gut. Der Golem gönnt sich, aber sowas von. Oh, nein. Das ist echt kein gutes Timing von mir mit den Pfeilen. Können nochmal Pfeile raushauen. Haben sie gerade über. Das ist in Ordnung. Wieder Entfernung von ihm. Schafft die es gerade wirklich dagegen anzuheilen? Gegen meine Dame. Was ist denn los hier? Oben schon Damage. Freestyle gleich wieder irgendwas. Ich habe zwei Damen auf dem Deck. Das sieht ganz gut aus. Auf dem Feld, meine ich. Würde ich gerne leben lassen. Der Henker von ihm. Auch mega krass. Nein, lass sie am Leben. Shit. Wir bekommen eine junge Dame da oben. Natürlich. Natürlich kopiert er sich die. Was denn sonst? Da hätte ich gerne noch einen Golem vor. Würde ich gerne heilen hier. Oben können wir verbrennen. Oh, yeah. Das gefällt mir. Meine Dame überlebt nämlich beim Inferno. Deine nicht. Hab ich gefreezt? Schön oben noch einen Schwatten rein. Schön von jeder Lane kommen. Mein Henker am Leben lassen. Oh, no. Oh, beziehungsweise mein Drachen. Yes. Sehr geil. Drachen hat sogar noch überlebt. Sehr, sehr schön. Plus 7.30 Uhr. Wir sind am Ende mit 7.483 HP rausgekommen. Geil. Richtig geil, Leute. 3.250. Wir nähern uns echt so langsam wieder meinem Pokalrekord. Gut, geht, ne? 200 Pokale. Aber wir kommen so langsam näher, ne? Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle hier wäre ich den Part. Wenn es euch gefallen, lasst ein Like da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Seid auf jeden Fall einen Haufen super, dass der Ball ist. Und ich komme so langsam wieder rein. Und ich hoffe doch mal... Okay. Ich hoffe doch mal, es hat euch gefallen. Decks, technisch, werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen rumgucken. Also global ist natürlich diese ganze Spam-Scheiße wieder am Start. Leider. Muss man hier mitteilen. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich dann den Kollegen hier vorstelle. Und zwar diesen hier. Ist wohl mega verspätet. Ich glaube, ich wäre in der Zeit inaktiv. Und ja. Falls irgendwelche weiteren Informationen auch wegen Android-Release oder so kommen. Falls es doch irgendwie früher kommt, was wir jetzt nicht erwarten oder was auch immer. Die ganzen Informationen bei mir als erstes, weil ich ja in Kontakt stehe mit dem Entwicklern. Ich bekomme eine Post von denen und neue Karten und so weiter und so fort. Ihr könnt mich deswegen gerne abonnieren, wenn ihr Bock habt. Ein paar Likes wäre auch cool. Bis dann. Und über jedes Kommentar freue ich mich auch. Ich lese auch jedes Kommentar. Tschüssi.